Die Initiative ist ein ganz gefährlicher Etikettenschwindel. Sie sagt, sie sorge für mehr Selbstbestimmung. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Die Initiative beschneit unsere Rechte und schwächt unsere Demokratie. Mit der Annahme dieser Initiative wird uns eine ganz wichtige Rückversicherung genommen. Wir könnten unsere Rechte nicht mehr zusätzlich durch die Europäische Menschenrechtskonvention schützen. Dass wir die Konvention brauchen und dass wir die Urteile des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte brauchen, das hat sich in den letzten Jahren immer wieder gezeigt. Wir brauchen den zusätzlichen Schutz von unseren Grundrechten. Und wir setzen uns dafür ein, dass diese Rechte bewahrt werden. Mit der starken Allianz der Zivilgesellschaft machen wir deutlich, dass wir uns unsere Rechte nicht nehmen lassen lassen. Bandicons sonst. Bildschirmels. Bonnungen. Bis zum nächsten Mal. Passylum.